Im Jahr 1972 kommt die erste Generation BMW Fünfer auf den Markt. Als Nachfolger der sehr erfolgreichen neuen Klasse beginnt mit diesem Fünfer eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Der BMW Fünfer der ersten Generation, intern auch als E12 bekannt, das war ein großer Schritt in Richtung Moderne. Er begründete eine neue BMW-Designsprache, war größer, komfortabler, sportlicher und konnte im Prinzip alles besser als sein Vorgänger. Bereits in den 60er Jahren wird die Grundlage für das BMW-Design gelegt. Der BMW Fünfer der ersten Generation festigt in den 70er Jahren diese Designsprache und etabliert sie zum Markenzeichen von BMW. Um dem BMW Fünfer eine gewisse Dynamik zu verleihen, haben wir ihm eine Keilform gegeben, sodass der Kühlergrill an einen Haifisch erinnert. Die Scheinwerfer mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern, die wir damals hatten, waren schwer zu integrieren. Im Vergleich dazu ist es herrlich, wie kreativ man heute mit den LED-Scheinwerfern sein kann. Wir haben sehr viele Design-Icons, wie es unsere Designer nennen, die da schon verwirklicht sind. Es ist der Startschuss für die Modernisierung der Modellpalette in den 70er Jahren und zeigt sich hier als erstes Mal komplett. Das Interieur verspricht Raum und Komfort. Die Instrumente, Schalter und Bedienelemente gruppieren sich rund um den Fahrer. Da hatte ich die Idee, für mehr Ergonomie zu sorgen. Ich habe mir also eine ergonomische Bewegung vorgestellt, die vom Steuer über die Mittelkonsole zur Schaltung geht. Dieses Herangehen habe ich erstmals bei dem kleinen Coupé, dem BMW 1600 Ti, umgesetzt. Das ist dann beim BMW 520 und später bei dem BMW 630 Coupé weiterentwickelt worden. Untrennbar mit dem BMW Fünfer der ersten Generation ist auch die Einführung der Baureihen-Nomenklatur verbunden. Wir haben einzelne Ziffern, die die Baureihen bezeichnen und danach kommt im Prinzip zwei Ziffern, die den Hubraum darstellen. Und man hat ganz bewusst Platz gelassen zwischen diesen einzelnen Ziffern 3er, 5er, 7er, 6er, um noch weitere Baureihen realisieren zu können. Das Herz eines jeden BMW ist sein Motor. Unter der Haube verspricht dieser schon damals Freude am Fahren. Der Fünfer der ersten Generation kommt im Jahr 1972 als 520i mit vier Zylindern auf den Markt. Doch die Motorenpalette wächst weiter. Bereits ein Jahr später haben wir die bekannten Sechszylinder aus der Oberklasse, eben Fünfer drin. Diese Sechszylinder sind ja bekannt für ihre Laufruhe und ihren charakteristischen BMW-Klang. Und die haben Standards in der gehobenen Mittelklasse gesetzt. Ein Beispiel. Der BMW 528 hat stattliche 165 PS unter der Haube. Das 1,4 Tonnen schwere Fahrzeug beschleunigt binnen knapp 10 Sekunden von 0 auf 100. Auch das Thema Sicherheit spielt beim BMW 5er der ersten Generation eine wichtige Rolle. Beim BMW 520 haben wir für die sicherheitsrelevanten Elemente Computer benutzt. Es gab eine Art Überrollbügel beim Dach zum Schutz bei Unfällen. Wir haben am Computer die Knautschzonen vorn und hinten für den Fall eines Aufpralls berechnet. Die Produktion des BMW 5ers der ersten Generation startet im BMW-Werk München. Das enorme Wachstum und die gestiegenen Absatzzahlen in den 60er Jahren sorgen dafür, dass BMW in Dingolfing ein neues Werk in Betrieb nimmt. Ab Herbst 1973 rollt der BMW 5er in Niederbayern vom Band. Dieses Werk wurde explizit für große Baureihen gebaut. Und wenige Wochen nach dem Start der Ölpreiskrise wollten wir dort den 5er produzieren. Da sind wir doch auf manches Unverständnis in der Presse gestoßen. Aber die Entscheidung war richtig. 1977 haben wir bereits über ein Drittel mehr Automobile produziert mit 290.000 Einheiten. Der BMW 5er der ersten Generation ist heute ein Klassiker. Er legt den Grundstein für eine der erfolgreichsten BMW-Baureihen. Von 1972 bis 1981 verkaufte sich der 5er knapp 700.000 Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017